Jo Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und ihr seht selber, wir befinden uns hier gerade auf der Tiermaker Website, um heute alle uns verfügbaren Warzone Sturmgewehre einmal zu bewerten bzw. hier einzuwanken. Genau genommen sind das nicht nur alle Sturmgewehre, sondern zusätzlich auch noch die Taktikgewehre, weil die gerade in der jetzigen Meta schon eine wichtige Rolle spielen, deswegen habe ich die einfach mal alle zusammengepackt und werde sie hier in dem Wanking mit aufnehmen. Übrigens war dieses Video hier ein Wunsch meiner Instagram-Follower, also wollt ihr eine gewisse Art von Video sehen oder vielleicht auch ein spezifisches Video zu einem ganz bestimmten Thema, schreibt mir gerne auf Insta oder folgt mir generell erstmal, um da rund um meine Videos aktuell zu bleiben. Ansonsten bist du gerade das allererste Mal auf eins meiner Videos gestoßen, würde ich dich unbedingt bitten, mir ein Like und ein Abo dazulassen und ansonsten noch die Glocke zu aktivieren, um zukünftig nichts mehr von mir zu verpassen. Wir starten jetzt mit allen Sturmgewehren durch. Das hier ist übrigens komplett meine Meinung, also ich berücksichtige hier unterschiedliche Faktoren, einmal wie ich mit der Waffe klarkomme, wie generell die Time to Kill der Waffe ist und wie sich das Rückschussverhalten kontrollieren lässt. Sturmgewehr Nummer 1 ist die AK-47 aus Black Ops. Wie beschreibe ich die Waffe am besten? Ja, also für mich ist die AK-47 aus Cold War nichts Ganzes und nichts Halbes, weil sowohl wenn man sie komplett für den Nahkampf baut, gibt es durchaus viel bessere Möglichkeiten an Waffen, die man wählen kann, aber auch wenn du die Waffe für Long Range baust, also für die ziemlich weiten Distanzen, gibt es zu viele andere gute Waffen, die man stattdessen wählen könnte. Willst du die Waffe trotzdem gerne spielen, mach das am besten in Kombination mit einer Sniper, also dass du diese Waffe ja als Support-Waffe zur Unterstützung mitnimmst. Für mich ist die deswegen unter, ja, okay einzuordnen. Gutes Mittelmaß, wo noch viel Platz nach oben, aber auch viel Luft nach unten ist. Direkt im Anschluss nehmen wir dann nochmal die zweite AK, die uns hier zur Verfügung steht, die aus Modern Warfare, da muss ich sagen, dass ich die eigentlich so gut wie gar nicht spiele, weil ich einfach überhaupt nicht mit dem Rückstoß klarkomme. Ich mag ihn nicht, ich kann mich daran nicht gewöhnen, deswegen für mich eher unter schlecht einzuordnen. Die Amex ist oder war schon immer ein Maßstab, der bei allen Waffen irgendwie herangezogen wurde, wenn es um Time to Kill geht. Springst du aktuell in eine Runde rein, kommst du an der Amex eigentlich nicht vorbei. Deswegen unbestritten eine der aktuellen Meta-Waffen. Die AN-94 ist eine der Waffen, die, ja ich sag mal, relativ schnell wieder untergegangen ist, nachdem sie mal im Battle Pass verfügbar war, dort freigespielt wurde und sich schnell herausgestellt hat, dass, ja, sie nicht die überragende Time to Kill hat. Und vor allem zum damaligen Zeitpunkt, als die Waffe released wurde, von anderen Meta-Waffen, wie beispielsweise der Kilo, überrannt wurde. Für mich ist die AN-94 immer noch kein Highlight in dem Spiel, weswegen ich sie eigentlich gerne so zwischen okay und schlecht einordnen sollte, weil es jetzt diesen Reiter nicht gibt, landet sie jetzt endgültig einfach mal bei schlecht. Als nächstes schauen wir uns die AS-Wall an und da finde ich, dass es eine der Waffen ist, die massiv unterschätzt wird und ja noch viel zu wenig verwendet wird. Das liegt wahrscheinlich an der sehr langsamen Kugelgeschwindigkeit, aber dafür hat mittlerweile schon mehr die Runde gemacht, dass die AS-Wall doch eine überragende Time to Kill hat. Genau deswegen landet die Waffe auch für mich unterstark. Gerade wenn du sehr viele Solo-Runden spielst oder vielleicht auch Duos, eignet sich die Waffe perfekt, weil du halt nur 30 Schuss damit hast. Jetzt ist die AUG dran und die AUG gerade hier zum jetzigen Zeitpunkt, also in der Season 2, ist bei der Waffe definitiv die Rede von der aktuellen Meta. Die ist hier im Tier-Wanking ganz oben einzuordnen, was einfach an dem sehr guten Schaden und dem gut zu kontrollierenden Rückstoß liegt. Also ganz oben rein damit zu den Meta-Waffen. Die DMR-14. Ja, ich weiß, schon allein wenn ich es nur sage, bekommen wahrscheinlich einige von euch schon Gänsehaut, weil ich sag mal die letzte Meta von der DMR für viele Spieler sehr hart und vor allem nervig war. Trotzdem, die Waffe hat ein Nerf-Verhalten, ist dadurch auch viel weniger in Warzone präsent, aber auch nicht so schlecht, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, die Waffe zu spielen. Sie ist immer noch sehr stark, nur der Rückstoß wurde erhöht, deswegen landet sie bei den OK-Waffen. Ähnliches mache ich dann auch bei der FHL oder Fall, je nachdem wie ihr sie nennen wollt, wie auch hier in der Kategorie landet. Bei beiden Waffen muss ich zugeben, dass mir dieser Feuermodus einfach nicht gefällt, immer dieses Einzelschuss-Spam, obwohl sie dann teilweise doch schon relativ gut Schaden macht, aber sich für mich vom Spielgefühl her nicht richtig anfühlt. Kommen wir jetzt zu unserer relativ neuen Waffe, der Fahrer, die in dieser Season 2 jetzt mit dem Battle Pass freizuspielen ist und für mich eigentlich keine gute Wahl ist. Ihr habt es vielleicht selber schon gemerkt, ich wollte ursprünglich ja noch ein Video zur Fahrer machen, war aber dann von der Waffe nicht so begeistert oder konnte mich tatsächlich nicht aufraffen, das ganze Ding irgendwie hochzuspielen oder irgendwelches Gameplay-Material damit zu sammeln. Der Hauptkritikpunkt bei dieser Waffe ist für mich wieder der Rückstoß. Wenn ich damit auf Gegner schieße, ist er teilweise so unberechenbar, dass ich alle Schüsse daneben setze. Auch nach einer längeren Gewöhnungsphase war die Waffe für mich irgendwie gestorben, weil viel zu viele Schüsse daneben gegangen sind. Deswegen landet die im Reiter schlecht. Wir kommen wieder zu einer weiteren Meta-Waffe und dabei handelt es sich um die FFAR. Aktueller Status ist ja, wir haben die AUG hier drinne, die Amex und jetzt als dritte Waffe die FFAR. Und ich meine, die FFAR wird immer in Kombination mit der AUG oder mit der Amex gespielt. Ab und zu sieht man dann noch beispielsweise die Kombination aus FFAR und K98k, aber ansonsten ist wirklich die Regel, dass das Ganze mit der AUG oder mit der Amex gespielt wird. Als nächstes habe ich hier in meiner Liste die FR stehen. Die schießt auch nur im Salvenmodus und ist für mich die absolut schlechteste Waffe, die es im ganzen Spiel gibt. Also die kannst du wirklich nur zum Trollen einsetzen. Auch wenn du sie als Bodenloot findest, ist sie halt der absolute Müll und diese Waffe kann ich wirklich keinen von euch ans Herz legen. Deswegen kommt die ganz unten rein. Als nächstes haben wir hier die Grau. Die ist irgendwie so ein Dauerbrenner und wird auch jetzt aktuell noch als sehr starke Waffe für mich eingestuft, weil sie halt keinen Rückstoß hat und zusätzlich noch das beste IO Inside, was es überhaupt im ganzen Spiel gibt, besitzt. Zumindest dann, wenn du diesen Archangel auf Ausrüstest. Nach der Grau kommt die Großer, die ich eher bei den schlechteren einkategorisiere. Das liegt einfach daran, dass der Rückstoß für mich wieder nicht kontrollierbar ist und in meinen Augen sehr komische Formen schießt. Stellt euch damit mal vor eine Wand, schießt dagegen, schaut es euch an. Mir ist es Suspekt, es gefällt mir nicht. Deswegen zu Recht unter den schlechten Waffen. Die Kilo ist wie die Grau ein Dauerbrenner, kommt deswegen bei den Starken rein. Genauso wie die M4A1, die uns ja eigentlich schon von Anfang an immer mit begleitet hat und vor allem konstant auf allen Distanzen, also vor allem Midrange bis Longrange, sehr stark mit wenig Rückstoß überzeugt. Die Quick ist eine Waffe, die ziemlich stark in Cold War ist, bzw. da sehr wenig Rückstoß hat. Münzt man das Ganze aber auf Warzone um, wird dir auffallen, dass der Rückstoß doch schon stärker ist als bei anderen normalen Modern Warfare Waffen und zusätzlich noch die Time to Kill schlechter ist und somit ansatzweise nicht an die sehr guten Modern Warfare Sturmgewehre herankommt. Für mich landet sie im Reiter schlecht. Die M13 ist bekannt dafür, dass du Headshots landen musst, um sehr gut Schaden rauszudrücken. Das ist auch sehr gut möglich, weil die Waffe relativ wenig Rückstoß besitzt, aber dafür bei Treffern in den restlichen Körper schon weniger Schaden macht. Bist du präzise und hast vor allen Dingen eine sehr hohe Headshotquote, empfehle ich dir diese Waffe, testest sie mal aus und ist dann auch unter der Kategorie Stark zu listen. Die M16 ist vom Prinzip ähnlich wie die AUG, schießt nämlich Burst, 3 Schuss, drückt sehr viel Schaden raus und landet deswegen in der Kategorie Stark. Die Oden und die Scar, das sind Waffen, die man aus Modern Warfare kennt und gefühlt nie in irgendwelchen Warzone Runden gesehen hat. Das hat auch den Grund, dass sie ansatzweise nicht mit den anderen Top-Waffen mithalten können, um halt beispielsweise irgendwie in die aktuelle Meter reinpassen zu können. Beide Waffen landen für mich unten im Reiter schlecht. Die QBZ, die ist als Waffe eigentlich relativ gut nutzbar, ist jetzt nicht eine der Top-Waffen, aber man kann sie definitiv einsetzen. Spielt ihr sie gerne, könnt ihr gerne dabei bleiben. Natürlich gibt es Waffen, die besser sind, aber gerade wenn ihr mal was anderes austesten wollt und eure Main-Waffe irgendwie satt habt, ist die QBZ eine nette Alternative, die nicht jeder spielt. Drei Waffen haben wir jetzt noch über, das ist einmal die WM7, die Typ 63 und die XM4. Ich mach's kurz, die Typ 63 ist so ähnlich einzuordnen wie die DMR14, landet auch aus den gleichen Gründen auf dem Platz okay, genau wie die XM4. Abschließend und zu guter Letzt mein absoluter Favorit, die WM7. Auch die ist unter den sehr starken, beziehungsweise ja starken Waffen einzuordnen, in Kombination mit der K98 ein absolutes Biest. Dazu hab ich separat auch schon mal ein eigenes Video gemacht, gerne mal auschecken und natürlich auch meine Aufsätze mal ausprobieren. Das war's von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder.